...1960 Euro weggegangen sind und nämlich diesen Geld an, die schon beim letzten Spiel gegen Braunschweig angesprochenen Aktion realisieren können. Und genau, wir haben allein die Trikots von Manny Gürsten und Michael Moutet und 1.500 Euro eingebracht. Und ich bin jetzt auf der anderen Seite ganz herzlich den Robert. Robert, du hast eines diesen Trikots am Steigerkammer. Wir sagen, welches Trikot war dir das besonders wert? Schechke. Schechke, wie viel hast du da hingeregt? 25,55 Euro.